Hallo zusammen! Ja da bin ich auch schon wieder. Ich habe ja mein letztes Video gerade erst gestorben getreut und hochgeladen. Aber es ist Sonntag. Ich habe heute endlich wieder mal Zeit und auch mega Lust um Videos zu drehen. Darum sitze ich jetzt hier und hoffe, dass ich wieder mindestens 2-3 Videos schaffe. Ich habe jetzt entschieden, zuerst mit einem kleineren Haul Video loszulegen. Und ja, ich habe für euch heute einen Front Porch Haul. Meine letzte Front Porch Bestellung ist schon ewig her. Ich weiss wirklich nicht mehr, wie ich dort das letzte Mal bestellt habe. Was eigentlich verwunderlich ist. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes über Front Porch sagen. Front Porch ist einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste Shop gewesen aus den USA, den ich bestellt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und eigentlich kann ich den Shop empfehlen. Ich war wirklich sehr zufrieden mit ihren Sachen. Ja wahrscheinlich, weil ich einfach sehr viel anderes noch ausprobieren wollte. Ist dann den Shop ein wenig in den Hintergrund geraten. Aber mir ist vor allem ein spezieller Duft von ihrer im Kopf herumgeschwirrt in letzter Zeit. Und ja, den habe ich einfach unbedingt wieder einmal bestellt. Darum habe ich bestellt. Und ja, ich möchte euch gerne zeigen, was bei mir eingezogen ist. Ich lege los mit den einzelnen Grubbies. Finde ich auch eine super Grösse, um mal einen Duft testen. Und ja, ich weiss nicht, ob ich es vorher gesagt habe. Sie liefern international. Also wenn es auch interessiert, schaut mal ihren Shop an. Der erste Duft, den wir gekauft haben, ist Lavender Buttermint Vanilla Noel. Also es ist ein sehr minziger und lavendellastiger Kohl. Aber ich liebe ja die zwei Düfte sehr. Und den finde ich sehr fein. Interessanterweise kommt jetzt hier der Lavendel nicht so durch. Man schmeckt eher den Buttermint mit dem Vanilla Binoel. Also sehr cremigen Pfefferminzduft. Hat aber gleich eine leichte Schärfe. Und ich schmecke einen leicht kräuterigen Lavendelton. Und ja, also den gefällt mir sehr gut. Den wird sicher im Schlafzimmer verdüftelt. Den nächsten Duft haben wir zwei Grubbies gekauft. Und zwar ist der Lavender Eukalyptus. Und der ist sowas von scharf. Also ich habe ja schon viele Pfefferminzblende gehabt, die sehr scharf waren. Aber der toppt glaube ich alles. Ja, ein sehr sehr scharfer Eukalyptusduft. Das merkt man jetzt auch den Lavendelton besser. Und es ist ein sehr kräuteriger Lavendel. Boah. Also sicher top, weil man verkältet ist. Jetzt einfach rein so zum Düfteln ist ja mal glaube ich ein Ticken zu scharf. Aber vielleicht werden wir mal im Schlafzimmer testen. Zum nächsten Duft habe ich leider die Duftbeschreibung nicht gefunden. Das ist der Duft Pink Beach Cheeks. Die ersten 1-2 Mal, als ich daran geschniffelt habe, hätte mir nicht so gefallen. Jetzt die letzten 2-3 Mal, als ich daran geschnuppert habe, habe ich einen super gefunden. Also so kann sich das schnell ändern. Ja. Oh, wirklich schön. So ein bisschen Sonnenmilch. So ein leicht, aber wirklich nur ein leicht exotischer Touch. Also so eine exotische Brise besser gesagt. Und dann hat der aber wirklich auch noch so eine cremige, vanillige Note würde ich sagen. Also sehr sehr schön. Ich bin gespannt, wie der dann warm ist. Dann vom nächsten Duft habe ich leider nur einen gekauft. Das ist Duft Kombi Pink Vanilla Snuggable Laundry. Ja, ich liebe eigentlich die meisten Pink Sugar Wäscheduftblends. Jetzt, es gibt nur wenige Wäschedüfte, die ich nicht so verträge, weil sie etwas zu stichig sind. Aber der hier. So, so, so herrlich. Vielleicht tut auch der Vanille, der drin ist, noch etwas den Wäscheduft milderen. Wunderbar, liebe, liebe, liebe. Also der könnte auch ein Nachkaufkandidat werden. So, vom nächsten Duft habe ich auch zwei gekauft. Weil ich denke, den würde ich bestimmt auch gerne haben. Das ist eine Kombi aus Sweet Pink Chiffon, Gardenia und Noël. Und, herrlich. Das Lichtparfümige vom Pink Chiffon. Dann das blumige von der Gardenia, aber sehr, sehr weich durch das Vanille Pin Noël. Oh, wunderbar. Also wirklich schön und bin ich froh, dass wir zwei gekauft haben. Und dann haben wir noch einen Duft gekauft aus der Paraffin-Sparte. Also, ihre Wachsmischung ist normalerweise Soja-Paraffin-Mischung. Aber sie hat jetzt mittlerweile auch nur rein Paraffin-Tarz. Und daraus haben wir die wunderherzige Schildkrotten-Form bestellt. Schildkrotten sind meine Lieblingstiere. Und das ist die Duftmischung Blue Sugar Eucalyptus Spermint. Ja, wie rein Paraffin-Wachs ist es ein bisschen schwieriger, etwas zu erschnüffeln. Die sind in Kalt einfach ein bisschen weniger intensiv. Das ändert sich dann in Warm. Ich schmecke jetzt hauptsächlich den Eucalyptus Spermint. Schmeckt sehr, sehr ähnlich wie ein BBW-Tube. Ja, der Blue Sugar schmeckt jetzt leider in Kalt gar nicht. Aber das ist eigentlich auch recht ein intensiver Duft. Also, aber ich denke, der wird sich dann in Warm noch ganz anders entfalten. Und ich bin sehr gespannt darauf. So, dann kommen wir auch schon zum zweitletzten Teil. Und zwar ist das so ein zweier Pack Macaroons. Leider seht ihr jetzt die Farbe nicht. Aber die sind immer so in drei verschiedenen Farben. Sehr, sehr schön. Und also die Duftmischung gefällt mir auch. Das ist eine Mischung aus Eucalyptus Spermint, Eucalyptus Mint und Rain heisst er glaube ich. Und Peppermint. Und, ach, herrlich. Der ist jetzt zum Glück nicht so scharf. Ein bisschen, aber nicht so extrem wie der Lavendel Eucalyptus. Und ich habe wirklich das Gefühl, man schmeckt hier den Reinduft. Also so etwas lichtwässrigs-Aquatisches. Gemischt mit den Pfeffermint-Eucalyptus-Noten. Wirklich sehr, sehr schön. Und, ja. Sicher auch etwas, wenn man erkältet ist. Aber ich denke, den werde ich auch so mal testen. So, und dann kommen wir mal zum letzten Duft. Eben den, den mir eine Weile im Kopf herumgeschwirrt ist. Weil er einfach auch einer wirklich von meinen Lieblingsstüften ist. Und zum Glück hat sie den gerade als Bag angeboten. Also da haben wir, glaube ich, so 12 Grubbies drin. Den heben wir dann zum Glück eine Weile. Und es handelt sich da um den Duft Pink Chill. Und, leider weiss ich die genau Duftbeschreibung nicht mehr zu 100%. Aber, meine Lieben, es hat drin Warm Vanilla Sugar, Pink Sugar und ich glaube es ist Spermint. Ich weiss nicht, ob es Pfefferminz oder Spermint ist. Und ich weiss nicht, ob es noch etwas Cremiges drin hat, es könnte sein. Aber, ach, ich liebe ihn. Man schmeckt so in kalt sehr stark den Warm Vanilla Sugar und die Minz-Noten. In Warm kommt dann aber auch wirklich noch der Pink Sugar dazu. Und ich, ja, und die Vanillie-Noten. Ich liebe ihn wirklich. Also wirklich einer meiner Top-Lieblings-Düfte. Und ich bin so happy. Ich habe ihn verwischt. Ich glaube, sie bieten ihn immer wieder mal an. Aber manchmal ist er auch nicht. Also jetzt gerade nicht, als ich nach der Duftbeschreibung gesucht habe. Und ja, ich bin sehr happy, dass ich ihn wieder in meiner Sammlung habe. Ja, meine Lieben. Das war es also auch schon. Ein kleiner, aber feiner Haal. Und ja, ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ich wieder etwas von Front Porch habe. Und ja, ich drehe jetzt gerade weiter. Sprich, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss zusammen.